Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Weil EA diese blauen Karten rausgearbeitet, mache ich dieses Video hier. Ich empfehle euch, haut alle Informs raus. Ihr seht es einmal in München, ich habe schon sehr sehr viele Informs verkauft. Ich habe hier noch ein paar, die werde ich auch alle reinstellen. Denn die bringen aktuell 17.000, 18.000. Ich empfehle euch die auch einfach alle zu verticken. Ich werde zwar ein paar behalten, zum Beispiel den der aus der Premier League ist, aber die restlichen würde ich euch einfach empfehlen zu verkaufen. Ihr seht, ich habe die alle eh für 10.000, 12.000 oder so gut. Und wir schauen jetzt hier mal durch, aber 17.500 kriegt der für jeden meistens. Den stellen wir mal rein. Also Informs können wir alle mindestens 17.000, 18.000 verkaufen, eher sogar mehr. Ich sage, den stellen wir mal so rein. Ich stelle jetzt drei Stück rein, dass ihr seht, dass alle mehr wie 17.000 wert sind. Den hier stellen wir auch für so 18.000 rein. Also der ist auch, wie gesagt, meistens sind so 17.000, 18.000 wert, eher mehr. Dann stellen wir auch für 18.000 rein. Und nochmal 19.000, 18.500, weil da gab es jetzt keinen so viele unter 20. Ich stelle mal rein, Hand werde ich aufheben wegen der Bundesliga. Aber den hier können wir noch abgeben, 10.000. Ich habe mich auch für die bezahlt. Und deswegen würde ich euch empfehlen, die jetzt zu verkaufen. Ihr seht, der ist auch über 18.000 wert. Dann machen wir ordentlich gewinnt. Ungefähr 7.500 pro Karte. 1.000 ungefähr bekommt ihr dafür EA. Aber ist trotzdem noch in Ordnung. So, jetzt gehen wir zu den anderen Karten, die sich auch noch lohnen zu verkaufen. Da habe ich aber nicht mehr viele, weil ich diese Challenge sehr, sehr oft schon gemacht habe. 80er lohnt sich, glaube ich, nicht. Da bin ich mir wohl, ja, gehen. Immerhin im Tausender, also das geht. Die könnte dann auch verticken. Ich werde da jetzt nicht jeden Tausender anbieten, also jeden für den Tausender anbieten. Aber, oh, der bringt auch. Also da, Tausender könnte er wohl auch anbieten. Wusste ich nicht, dass man die Tausender auch verkaufen kann. Den nehme ich auch. Jugo ist noch in der Champions League dabei. So, den kann man auch für ein Tausender, das ist okay. Also die Tausender verticken. Da gehen wir noch zu den Non-Werler-Spielern, da habe ich schon ein paar 81er. Wie gesagt, das könnte mit 82, 83, könnte er das alle machen, weil die bringen noch ein bisschen mehr. Wenn ihr die habt, ein Gebot sehen, dass ihr seht, dass der, ja, okay, der ist auf jeden Fall mehr wert wie Abstoß. Über ein Tausender. Dasselbe ist mit dem. Ja, 1,9, also die geht für einiges weg, deswegen vertickt ihr jetzt, macht ihr euren guten Profit. Hier haben wir noch 3,80er, ich schätze mal diesen Tausender, sogar mehr. 1,5, okay, das ist sehr, sehr gut. Also da werdet ihr viele Münzen mitmachen. Ich hoffe, ihr habt da auch noch den einen oder anderen den Verein. Ihr seht, die bringen alle über den Tauli. Also das ist sehr, sehr gut, diesen Ali, sonst schauen wir auch nochmal nach. Und dann wird es das mit diesem Video gewesen sein. Wenn ihr sowas öfters wollt, schreibt es gerne rein. Der ist sogar richtig viel wert. Also den kriegen wir für 1,5. Den kriegen wir sogar vielleicht mehr wie die anderen. So, Freunde, das wäre es gewesen. Wie gesagt, wenn ihr sowas öfters sehen wollt, wenn ich meine Spieler verkaufe oder so, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da lassen. Ciao, ciao, bis die Tage. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.